Yo Leute und damit Willkommst du zu Live in the Woods mit dem Flash Mit Centus der mir das Ohr kaputt geschrien hat Aua Aua was war das gerade? Ich bleibe im Auge, keine Ahnung, ich hätte das nicht mal geredet Äh Das war schon der Hammer ey Was? Oh ist fast geplatzt Oh Hattest du eigentlich überhaupt noch Material? Für was? Ja Live in the Woods Ja ein bisschen hab ich tatsächlich noch Ich hab's gar nicht mehr seit einer Woche schon Ja warum sagst du denn nix seit einer Woche? Nö Ja dat ist wieder Boah irgendwie fängt das gerade so leicht ins Längen bei mir Länge leck? Internet leck leck? Nein Das Spiel LOL Jetzt gehts wieder, keine Ahnung Ich hab Offscreen weiter gebaut Also Hat glaub ich jeder von uns ausgebaut Und dann kam mir die Idee Och du kannst das ja gleich mit ihm machen Dann brauchst du eine andere Richtung auch noch mal eins runter Hattest du das mit einer Aufnahme sogar gemacht? Nein Habe ich nicht Das ist das ja Okay Ich glaub die Ebenen hatte ich Sogen in der Aufnahme Also jetzt nicht? Ja genau die Ebenen war ohne Aufnahme Und ich glaub das Treppenhaus hast du teilweise sogar mit in der Aufnahme genommen Aber ich glaub da fehlte was weil die Aufnahme doch im Arsch war Ja Nachdem mein PC doch meint der Flup weg war Der Flup weg war Achja stimmt war direkt nachher nach wo wir Schluss machen wollten ne? Wo ich auch aus Beendet hatte ja Ja genau Die Aufnahme war beendet Und ein bisschen später ist er abgeschmiert oder so Keine Ahnung Ich hab benutzt den natürlich auch wieder runtergeschmissen jetzt Und Die Aufnahme war trotzdem auf dem Eimer Ich hab keine Ahnung warum Ich hab keine Ahnung warum Ich hab keine Ahnung warum Ich hab manchmal ein bisschen komfie Wo kriegt der denn jetzt noch Ärzte her? Habe ich grad reingeschmiert Ich hatte noch was Gott wundern Wo pumpt der denn jetzt die Ärzte rein? Und Heavy durchs Updating von Zwei Mods Fakt Bei mir Optifine rum Ich hab halt Und deswegen ist das jetzt so Scheiße mit der ganz unteren Ebene Die ist halt nicht so weit Wie ich fertig gemacht hab Und das kannst du schon in den ganzen Stein einzusortieren So schlimm ist es noch nicht Ja gut Ich bin ein Stückchen weiter unten Kann ich nicht weiter sehen Gehe ich weiter hoch Dann kann ich besser sehen schon Und da ist ja eben sowieso immer so ne Matsch Ebene So ich seh grad Da sind noch Zwei Drei Freie Plätze Das ist soweit halt Alles schon einsortiert Die Kissen sind oben Der ganze Stein ist schon alles leer Fast nix mehr da Das ist eigentlich schon alles hier unten Außer dein Ender Ja Ich weiß es grad nicht mehr Eine steht noch oben Und ich hatte drei Stücke gemacht Eine fürs Lager sortieren Mh Und halt zwei weitere Fälle irgendwo hinstellen Ja Dann fehlen nur noch unsere privaten Ja Gut Ich hab halt Alles so gemacht Die Birch Trowards Die Birch Trowards habe ich Ganz normal Wenn man zumal ein Sörtchen braucht Mh Und die Birch Trowards habe ich genommen Dass das alles nachher rein sortieren kann Ja Okay Fühle ich die richtige rein Also Soweit wie es geht Und dann habe ich einen neuen Vorwahr Kontrollern gesetzt Ja gut Dann passt das ja 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 Für mich passt das ja dann Ja Und halt alles was abgeschlossen ist Wo schon Items drin sind Und Die Items die nicht Da rein gehören Werden hinten wieder rausgeführt Ich sehe grad Da ist noch ganz viel Gneiss drin In In Der 1 Boah ich glaub Die war nämlich voll Ja die Diese 8 Kisten Ne ne Hier unten Hängt da auch noch in der Warteschleife Hängt da auch noch in der Warteschleife Und dann gar nichts mehr Lecken wir nicht Ich hätte da schon das Problem Ich hätte da schon das Problem Light-Engineer Blöcke Jo Dirty Warte mal hat er das Buch nicht angezeigt Wie viel ich wirklich brauche Also nicht 19 und 8 Jo Okay Da fangen wir mal ein bisschen an zu basteln Hier hinten ist es richtig Ich bin ganz voll Ich bin ganz voll Drei Ich bin gerade nochmal Drei 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 bücher bücher doch nicht wir konnten ja jeder auch noch anders genau wir konnten das leder mit diesem komischen pool ab 30 level deswegen ich kann eigentlich mal ein paar bücher mehr stellen also acht stück ab und zu so ein bisschen was hast du gerade diese diese faden pflanzen abgeerntet aber wir hatten doch ein chunk lauter drauf oder nicht ja okay das steht ja auch da vorne aber die jetzt nicht gewachsen sind oder so deswegen wundert mich das ja gerade etwas das ist nicht wenn man das jetzt mal wieder richtig lang das könnte auch sein das weiß ich natürlich nicht machte das fehlt naja wenn sie das funktioniert das ist ja nix sugarcane das wird auch noch ekelhaft schon projekt keine lust das wieder zu bauen im game und ja bis in einer halben stunde fertig hast alles im kopf willst du es bauen sechs stunden später weil sie wieder nicht passt das ist immer das gleiche das wäre ja jetzt macht er das ok brauchte den ob man das einfach nur abbau nehmen und jetzt weiter wird sollte hat er gerade nicht wieder gecheckt ja ich weiß nicht ich habe hier da unten auf den chunk lauter gesetzt ich weiß noch nicht mal wo ich den hingesetzt habe ich würde die öffentlich stellen oder glas block mittlerweile drüber machen da bitte die in der ganzen unteren ebene das war nur eine ebene unter für andere sachen zu verlegen ja da irgendwo habe ich den eingesetzt ja so dass er eine gute reichweite hat so ich darf doch ja dass er nämlich unten die chance auf da drauf läder aber jetzt weiß ich nicht mal welche richtung weil es hier alles so dunkel ist ach da ich würde sagen musst du suchen hab schon ich könnte eigentlich unten ich weiß noch nicht wo wir das hinstellen sollen das zauberding und halt so viele slimes die jetzt bauen ist schon egal kann man gut gebrochen wo tun wir denn das ding hin aber ich werde auch halt weiter so machen dass ich die ganzen ebenen dann aufbauen ja die dauern zu lange finde ich ja eine aufnahme ja werden alle dann so gleich werden wie die allererste die ich da ganz umgemacht hab muss ja unbedingt fertig werden das war ja das problem ja ich kenne das ja irgendwie das ME system muss fertig werden nein zehn milliarden jahre später ME system fertig nein aber dann wenn alles da ist ja wir sind fertig komplett tut die ja wenn dann kommt es einmal richtig hab ich noch eine truhe na gut man muss halt auch erstmal gucken weil wir noch so viel stein haben ich hab und ganz unten sind halt nur noch drei dinge fertig wo was rein kann ja aber wir haben immer noch viel zu viel stein Updates ja gut Updates aber ich glaub da sind trotzdem noch genug Schreiber wo das nicht einsortiert werden könnte dann ganz ums mhm schon mal fertig fertig jetzt mal geh ich mal zu Kröger hin ähm nein mir kommt wieder Sachen in den Kopf das lässt so sein ja im Kopf grad gehabt du kriegst du XP Punkte wenn du Sachen aus dem Ofen nimmst ne mit dem Hebel umschalten können automatisch abfüllen oder händisch abfüllen ich lass es sein kannst du die nicht auch rauspumpen irgendwie die XP nein geht nur mit mit äh ja ist das Ender Ding da kriegst du auch die XP ja ich glaub da müssen wir auch einen anderen Mod noch drauf haben ne ja klar dann musst du nicht nur den Mod drauf haben dann musst du auch aber warum guck mal wir haben äh Bildkraft upgedatet funktioniert jetzt mit allem sonst hättest du Ender I.O. nehmen können na dann wär's schon wieder ich glaub auch zu viel Technik gewesen weil du dich dann sehr auf die Maschinen verlässt 32.000 Blöcke klingt immer gut und schon wieder kein Eisen das ist doch Kaka ok müsste doch leer sein oder nicht aber die Punkte ist doch nicht weg oder das Zeug es bleibt doch bei der query hinten in den Kisten oder nicht ja ja klar ich frage mich jetzt wo stand die denn jetzt die query weißt du ne 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 weil es in diesem komischen Sumpfgebiet nein lange nicht mehr das war da wo wir die Schlucht gefunden haben wo wir wo wir unten in der Höhle gespawnt sind mhm da hast du die hingesetzt da oben ich werd die nie wieder finden du bist aber doch ach jetzt mach das hier ok obwohl ich die Wege beschrieben haben für die query Welt ne dann sinds definitiv die anderen ok ok jetzt pumpt er das und lass dir jetzt zurück da oben alles tja jetzt gucken wir mal wo noch ein rotstein ich brauch was wiii ja wir müssen halt auch nochmal gucken wo wir dann überhaupt die Ender Chests hinsetzen mit der TASK ja gut das wo ich das letzte hingesetzt hatte war ja provisorisch ja mit der Domi draußen ja leicht 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 ey wie lecker sind die oben leicht mhm also hab ich nicht hab ich nicht ich hab nur wenn ich ähm zwischen dem holz hier zwischengehe ok da wo der Zwischengang ist das nicht weil da links und rechts Carpenter sind das ist ja kein voller Block du kannst ja keinen Block in die Mitte reinpacken hier das ist alles ein halber Block das war affig 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 da leckt es einmal kurz ja weiß ich nicht sonst sonst nix was es läuft ja noch nicht mal Maschinen richtig läuft fast gar nicht äh weiß auch nicht wovon das kommt Kromitsch geh mal gucken was da noch in den Kisten war bei der Köln ich wollte ja noch was mitnehmen stimmt